so hallo leute endlich ist es soweit der devil may cry 5 let's play beginnt ich habe eigentlich schon angefangen hier das ganze aufzunehmen aber das muss ich wieder verwerfen warum das erzähle ich euch gleich jetzt starten wir zuerst mal let's go so wir wählen die festplatte und dann neuen speicherplatz die nummer 5 dass ich den nicht wieder aus versehen überspeichern so das samurai waffenpack hat dir zusätzlich drei zusätzliche punkte für verbesserungen deiner wahl gewährt das ist auch schon mal toll das habe ich wegen der sun of spada edition so dann gehen wir direkt unter option genau und jetzt kommt auch das ich muss die musik komplett wegstellen so ansonsten ich habe nämlich den anderen schon bei youtube hochgeladen und er ist dann direkt entfernt worden wir können direkt auf aussehen und vorteile gehen ach die gegenstands entdecker das ist doch toll das stimmt den habe ich ja auch bekommen jetzt wegen vorbesteller und so der piepst dann wenn irgendwas in der nähe ist was wir sammeln können wir fangen auf neville mann so ein jahr tutorial nachrichten machen und dann kommt jetzt das intro zunächst einmal bin ich dabei leise und wenn dann später das lied das andere intro kommt dann werde ich wieder labern also bis gleich leise und dann bin ich mehr ab, dann bin ich bergen, dann bin ich. leise ich im so zur Zum Börsenschluss am Freitag. Nein, Mehrzeit gibt es nicht. Sie wissen, was Ihnen bevorsteht, wenn Sie sich nicht daran halten? Nein, das ist keine verschleierte Drohung. Ich bin ganz offen. Wenn Sie sich weigern, haben Sie den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verantworten. Und ich kümmere mich darum, dass Sie machtlos in der Kasse enden. Ist das klar genug? Gut. Also am Freitag. Einen schönen Abend noch, Herr Präsident. Und Schatz, wird er zahlen? Über eine Billion. Bald wird mir praktisch alles gehören. Jeder wird mir etwas schulden. Ich werde alles beherrschen. Endlich liegt dir die Welt zu Füßen. So wie ich. Jetzt kannst du sie jederzeit packen und wie ist die beliebten Sie? Was ist los? Was? Was ist denn los? Ein Problem. Ein Problem? Was? Der Sohn des Verräters Sparda. Dante. Er... Er ist noch da draußen. Die Jäger werden ihn finden. Genau wie Sparda und seine Hure. Und wenn sie ihn haben... Werde ich... ...ihm mit bloßen Händen das Herz aus der Brust rößen und genussvoll verspeisen. Capcom. Und hier würde normalerweise diese Musik einsetzen und ich glaube, deswegen wurde es auch von YouTube entfernt. Ninja, Siri. Das ist natürlich jetzt schade. Ohne Musik passt das Ganze hier noch besser. Aber egal, da muss man durch. Drecks Gamer. Nur so am Rande erwähnt. Ähm... Tja. So, ich... Ich habe mittlerweile das Spiel schon durch auf Nevilleim. Äh... Nevilleim und ich bin dran, ähm... Jetzt überall einen Triple S-Rang zu machen. Und dann, ähm... Nehme ich mir so einen Spartas... ...vor die Brust. Ähm... Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ohne Musik ist dieses Video nur... Nur halb so eindrucksvoll. Aber leider müssen wir da durch. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich die erste Mission werde ich jetzt wahrscheinlich hier komplett rekorden. Ich wollte es vorher in zwei Parts machen. Jetzt mache ich das wahrscheinlich als ein komplettes Video. Wenn es nicht allzu lange wird. ... ... ... ... ... ... I cry... Blup 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 laden 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 bin laden Lecker. Da haben wir ja den Anonymous-Typi wieder mal. Und hier haben wir auch dann den neuen Dante. Im Vorfeld wurde ja viel diskutiert, viel negative Kritik hier über Dante geäußert. Über die Anpassung an den westlichen Markt und so. Aber ich muss sagen, das Spiel ist wirklich super gelungen und es macht mega fun. Ich bin Bob Barbas. Ich verrichte Gottes... Warte! Komm sofort raus! Du bist in Gefahr! Wer bist du? Was willst du? Du warst achtlos und hast Spuren hinterlassen. Er ist hinter dir her. Was erzählst du da? Wer ist hinter mir her? Ein Jäger-Dämon. Er ist da. Hm, hübsches Kerlchen. Scheiß Dämon. Zu spät. Du wirst dich durchkämpfen müssen. Jawohl, das wollen wir auch. Das ist Trailerpark-Shit. Nimm deine Drecks-Clown von meinem Trailer. Zack. Ja. Ach Leute, so ziehe ich mich übrigens auch jeden Morgen an. In einem fliegenden Wohnwagen. Daneben. So, und da kommen unsere ersten Gegner. Die Schwachen ist die Gear. Und hier hinten kommt jetzt Rebellion. Yeah. So viele Kombos und so haben wir jetzt noch nicht am Anfang. Ja, yyyy, das ist klar. Diesen hier. Er ist schon tot. Deswegen kann man noch nicht... Ja, was ist denn... Hier auch nicht unbedingt so viel reisen. Ah, fast noch einen Aran geschafft. Schade. Vielleicht... Ah, vielleicht klappt's aber noch. Jawohl. Weiße Kugel. Getötete Gegner lassen weiße Kugeln fallen, die dann das Verbesserungsleiste füllen. Jedes Mal, wenn die Leiste komplett gefüllt ist, kann dann den Verbesserungsladen eine neue Fertigkeit freischalten. Ja, das ist cool. Was sind auch die? Ja, das sind rote Kugeln, da kann man sich Gegenstände damit kaufen, klauen. Das sollte jedem eigentlich bekannt sein, der ein bisschen Ahnung von Devil May Cry hat. Diese weiße Kugeln sind jetzt speziell ein bisschen neu und das gab's so in dieser Form noch nicht. So, einen Airhulk haben wir diesmal auch von vorne herein. Und da ist auch schon Ebony und Ivory. Schön am BH hier, an der Ampel oder was das ist, hängen sie. No Escape. Diesmal ist auch S nicht der beste Missionsrang, sondern es gibt einen Triple S-Rang. Boah. Das ist auch neu, aber die sind auch eigentlich nicht so schwer zu erreichen, sag ich jetzt mal so in Anführungszeichen, an der Lichterkette hängt's. Ebony, Ivory, ich hab euch vermisst. Und das hier ist der Barthos. Genau richtig. Zielübungen. Ebony und Ivory, großkalibrige Pistolen, die äußerst schnell schießen können. Obwohl Ebony und Ivory nur wenig Schaden verursachen können, die schwache feindliche Angriffe leicht unterbrechen. Ich weiß, dass man mit X schießen kann. Scheiß Bomben hier schmeißen. Die können eigentlich nix außer irgendwelchen Welpen ihre guten Kombos hier zunichte machen, indem sie den Rang resetten quasi. Oh dann, Home Run. Oh dann, Home Run. ich bin die kann man auch erschießen die optik ist auch sehr cool von dem spiel die farben sehr prächtig finde ich die grafik sowieso ich kann mich in den limbus projizieren und so mit dir kommunizieren ich kann dich sehen und mit dir sprechen aber ich bin nicht wirklich im limbus und wenn ich abdrücke dann putsch ich setze mein leben für dich auf spiel ich will helfen ich brauche keine hilfe der jäger hat dich in den limbus verschleppt ich kann dich rausholen ich war schon mal ich kenne den ausweg man bekämpft einfach den dämonen der einen reingezahlt hat warum nicht hier die geben dann auch wo ist sie hin kann man immer gebrauchen und hier haben wir die nächste neuerung die collectibles also das sammelbare zeug hier kann es euch mal zeigen start es gibt schlüssel geheimtüren und verlorene seelen und das hier ist so eine verlorene seele die muss man dann hier so wieder machen eine im limbus gefangene seele befreie alle um deinen missionsfortschritt bonus zu erhöhen das problem ist das geht jetzt noch gar nicht hier müssen wir eigentlich nicht langst aber hier ist der schlüssel und hier hört ihr auch das piepsen das war jetzt dieser gegenstandsfinder den ich da habe das problem ist man kommt jetzt noch nicht an alles ran hier beim ersten durchspielen also kann man schon mal unten keinen in den collectibles zeug hier kein triple s rang bekommen und das bedeutet das ist auch sonst sehr schwer wird ein triple s rang weil wir auch noch keine kombos haben keine ordentlichen und es wird der stil die zeit und ja dieses sammelzeug da bewertet und die zeit das geht noch aber stil wird halb schwer da auch irgendwie was großes jetzt hinzubekommen weil wie gesagt wir haben ja noch kaum mehr fähigkeiten aber in der netz nach der nächsten mission ändert sich das schon ein bisschen da haben wir ein bisschen mehr möglichkeiten kommen fahr mal eine runde karussell aber ich auch scheiße verbesserungspunkt erhalten da haben wir so ein verbesserungspunkt erhalten das brauchen wir jetzt nicht alles durchzulesen das kann ich euch so sagen was das bedeutet ja und wie ihr seht hatten wir jetzt schon vier verbesserungspunkte das kommt eben von der sun of spada edition von diesem samurai teil und hier habe ich eine goldene kugel es ist dieses mal ist es eine goldene und das heißt wir werden wenn wir sterben wieder zurück wir bleiben nicht wenn wir sterben werden wir quasi wiederbelebt durch die goldene kugel und können dann da weitermachen so hier haben wir noch einen grünen lebenskraft stern klein so da drüben ist auch eine seele aber da braucht man hier den namen enderhagen den bock und bahn auch erst in mission 2 ja bekommt man den und deswegen bringt uns das jetzt auch nix das ist eine gute frage sehr schön wichtige neuigkeiten wir sehen aufnahmen von unserem helikopter steve ich kann nicht fassen was ich da sehe das sieht doch cool aus da haben wir wieder freunde jetzt wurden wir auch noch getroffen von diesem affenkopf diesen zoo ausbrecher jetzt habe ich ja gerade das ding zurückgeschlagen hier die bombe schatze sagt doch diese offenen gehen wir ab jetzt auf den sack diese fliegenden mongos zack 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 ausgewischen zack ach und hier ist die tür deswegen gibt es hier schon wieder und diese türen die beinhalten der heim missionen und diese auch aus den anderen der dem weg weiß bekannt sein sollten und hier töte alle gegner innerhalb der zeit gegner nehmen nur in der luft schaden dazu gibt es zu sagen ach jetzt habe ich scheiße gebaut kommt versuchen immer hier zwei hoch zu holen oder was heißt immer gerade wenn es eben möglich ist 1 2 3 und ach den vierten schlag werde ich nicht ansetzen da fliegen die immer zu weit weg die kuppern schlüssel heißen auch und kuppern und türen heißen auch dass die mission am leicht ist quasi gleichbedeutend mit leicht kupfer und da gibt es noch silber das werden dann anspruchsvollere missionen gold sind die schweren und dann gibt es noch einen schlüssel elfenbein und ja das ist dann die über mission aber die geht auch eigentlich so jetzt haben wir hier ein gesundheitsteil bekommen gesundheitskreuz aber nur ein bruchstück davon und das heißt wenn wir vier davon sammeln dann geht unsere gesundheitsleiste wieder eine stufe höher mit zehn prozent mehr gesundheit glaube ich ist und da haben wir hier wieder den zoo ausbrecher ja klar ganz normal hau ab du hässlicher mongo so wir gucken irgendwo ist noch eine seele hier hier piepst auch schon wieder holen uns jetzt auf jeden fall rote kugeln mit hier kommen wir erst rein später auch hier ist eine seele und das bleibt auch da unten also die seele und das zeug das man gefunden hat das hat man immer gefunden ist ja irgendwo auch klar kann ja schlecht zweimal das zeug finden wenn man es schon und deswegen braucht man dann später nur noch wenn man alles gefunden hat braucht man nur noch Wert auf Stil und die Zeit zu legen um dann auch den höchst begehrten höchsten Rang den Triple S-Rang zu bekommen so jetzt kommen wir dann hier ins Uhrwerk oder was auch immer das sein soll nicht klasse ja was auch immer aurorkabinet da kommen wir auch so langsam ans ende dieser mission so jetzt bekämpfen wir noch die gegner und dann erzähle ich euch noch ein klein bisschen was das letzte was ich unbedingt eigentlich noch erwähnen will hier im heutigen let's play hier ist schon äußerst schwer ein A-Rang zu bekommen ah jetzt haben wir ihn super das war's doch oder ne da muss noch irgendein ach da ist noch einer ach geh mal ne Runde hier checken so ähm und zwar was jetzt angekündigt wurde ist die ähm ist der blutige Palast DLC der ist ja eigentlich nicht im Spiel drin der blutige Palast und der wird als DLC nachgereicht und zwar kostenlos dann wird noch ein DLC rauskommen Virtuals Downfall das wird 720 Points bekommen aber Vorbesteller müssten eigentlich einen Code haben dafür und da kann man Virtual spielen und seine eigene Mission quasi also ganz neue Missionen ganz neue Gegner neue Waffen neue Kampffertigkeiten also darauf freue ich mich schon so jetzt gehen wir hier mal an die heilige Statue und hauen unsere fünf Verbesserungen auf die Fertigkeiten hier drauf äh Gegnerschritt dann holen wir hier lieber Rebellion noch ein paar hier Roulette Trieb und vor allem Stachel auch ähm Schießen Schießen Stufe 2 jawoll das ist gut hier kann man die Gegenstände kaufen ihr seht wir hätten Geld für eine goldene Kugel und ansonsten reicht es nicht für nichts so dann folgen wir hier mal Cat sagen wir hier auf dem Weg gerade noch ein paar goldene Kugeln äh rote und da kommt 12 Haze ah und die Cat die Mrs. Molotov serviert wieder Cocktails ist eine feurige Angelegenheit neiser Cocktail der Jäger ja ich bin auch hart im Nehmen ha wusste ich's doch schießen wir ein bisschen auf seine Fratze in seine Fratze bis er hier zusammenknickt und wiederholen das Ganze oder versuchen es zumindest mal ach es hau da oben ab auf dem Turm dann holen wir ihn da auch runter King Kong oh jetzt fühlst du was nicht wahr so nicht mein Freund so nicht mein Freund wow kommt schon rein aber jetzt wird er sauer ach komm verpiss dich doch dummes Ding jawohl jawohl boah das war knapp meine Freunde das war dann wieder ab auf dem Turm aber wie ihr seht das ist ich bin ich denn hier sehe ich ihn nicht es ist äußerst schwer hier einen S-Rang zu erhalten momentan mit dem was wir hier haben aber jetzt könnte es klappen wir wollen mal hier schön auf seinen Schlitz in der Fresse hauen. Das würde er, glaube ich, wieder sauer herrollen. Boah! Verdammte Scheiße. Ach, jetzt bin ich zu früh ausgewichen. Verdammt! Hat so schön alles geklappt. Dann habe ich doch diesen billigen Fehler gemacht. Mist! Och, das geht ja gleich gut weiter. Hehehe. Zack! Schädel gespalten. Aus und vorbei. Ja. Was für'n Sohn? Du bist entdeckt. Was für'n Sohn? Ich sag jetzt besser nichts. Och, er sagt's ja schon. Er sagt's ja schon. Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute... Ich glaube, das hat ihn leicht erzürnt. Meine Mutter... Ich kann mich kaum an sie erinnern. Ein kleines Schlachtfeld hinterlassen. So, das passt auch. Die Mission ist gleich rum. Ist also ne doppelfolge gut 30 Minuten. Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Das geht als... Als eine einzige Folge hochzuladen. Bitte. Ich hab dir doch geholfen. Das passt schon. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Wir wissen alles über dich, Dante. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Das ist mein Chef. Wunderbar. Kann das kaum erwarten. Wir erhalten gerade Berichte über einen terroristischen Anschlag. Der Empire im Westen der Stadt. Und wie es mit diesem Chef weitergeht, das erfährt er dann nächste Folge. Aber wir gucken uns jetzt natürlich noch unseren Missionsspiegel an und hier den Rest vom Video. Am wenigsten erwarten stattfinden könnten. Jetzt haben wir deine vierte, Sohn des Spada. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Bis du fällst. Dreieugiger Bastard. Da haben wir doch noch einen S-Rang geschafft. Das ist doch tolle Zeit. Auch S. Wunderbar. Fortschritt wird natürlich. Ja, A-Rang ist auch noch in Ordnung. Da kann man gar nicht meckern, denke ich. Insgesamt einen S-Rang. Schön. Schöner Durchlauf. So, gucken wir noch in die Bestenliste rein. Das ist meine wahre Punktzahl hier. 18 Millionen ist ein kleiner Unterschied zu den 5, die wir gerade geholt haben. Aber da habe ich auch alle Waffen. Und demnach war das gar nicht mal so schlecht. So, dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Spooky. Tschönen. Vater, ichu sch sûste mal. Berg. IchOMEce Fähigkeiten. Selbst Krank, ich hab dich aufgebaut.